Hallo, in diesem Video und in einigen der folgenden Videos sehen wir uns Grundbegriffe aus dem Haus genauer an. Wir beginnen mit dem Badezimmer. Im Badezimmer gibt es Und jetzt im Nominativ Der Rasierer Ein Rasierer Das Toilettenpapier Toilettenpapier Der Besen Einen Besen Der Wäschekorb Einen Wäschekorb Der Schwamm Einen Schwamm Die Dusche Eine Dusche Auf der linken Seite seht ihr die Begriffe im Nominativ mit dem bestimmten Artikel. Auf der rechten Seite im Akkusativ mit dem unbestimmten Artikel. Und noch einmal die Wiederholung mit Akkusativ. Im Badezimmer gibt es Einen Rasierer Toilettenpapier Einen Besen Einen Wäschekorb Einen Schwamm Und eine Dusche Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und demnächst kommt die Fortsetzung. Das Wohnzimmer Das Wohnzimmer Im Wohnzimmer gibt es Auf der linken Seite findet ihr die Nomen im Nominativ Auf der rechten im Akkusativ Zuerst die Objekte Der Fernseher Die Lampe Die Uhr Der Hund Die Pflanze Und der Computer Und jetzt im Akkusativ Achtung, hier steht der unbestimmte Artikel Im Wohnzimmer gibt es Einen Fernseher Eine Lampe Eine Uhr Einen Hund Eine Pflanze Und einen Computer Und noch einmal Im Wohnzimmer gibt es Einen Fernseher Eine Lampe Eine Uhr Einen Hund Eine Pflanze Und einen Computer Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sind wir in der Küche. In der Küche gibt es Links findet ihr den Nominativ und rechts den unbestimmten Artikel bzw. keinen Artikel im Akkusativ. In der Küche gibt es Das Besteck Im Akkusativ In der Küche gibt es Brot, Wein, Kaffee und Besteck Kann man nicht zählen. Deshalb sagen wir nicht Einen, Eine oder Ein Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ciao. Der Löffel Einen Löffel Das Brot Brot Der Stuhl Einen Stuhl Der Wein Wein Der Kaffee Kaffee Das Besteck Besteck Das Besteck Das Beste Das Besteck Spann plot simpl aluminium Das Besteck Vielen Dank.